Es ist ganz wichtig in unserem Glaubensleben, dass wir uns mit guter Kost, mit guter Literatur füllen. Neben der Bibel gibt es ganz viele Bücher, die über den christlichen Glauben sprechen, die einfach diesen Glauben in uns aufstehen lassen, die uns viele Dinge der Bibel erklären. Und wir haben dazu auch auf unserer Webseite einen Shop, in dem du gute Literatur findest. Das sind wirklich viele Themen und wir haben die Bücher, die wir dort angeboten haben, selbst gelesen. Und wir haben empfunden, dass sie dir zum Glauben helfen können, dass sie Bereiche in deinem Leben ansprechen können, wie Vergebung, wie Angst, wie meine Identität in Christus, dass wir dir dieses Angebot machen möchten, in dem Shop dich umzuschauen und einfach auch zu beten, Herr, schenke mir den richtigen Eindruck für das richtige Buch. Wir haben selbst Literatur geschrieben, auch Karten, die wir dir empfehlen möchten, dass du sie weitergeben kannst, wenn du mit jemandem über den Glauben im Gespräch bist. Nutze das Angebot vom Shop und schau dich einfach mal darauf um, dass du siehst, was gibt es da an Literatur über den Glauben, wo kann ich wachsen im Glauben, wo kann ich wirklich aufstehen und ermutigt werden und wo kann ich wirklich mein Fundament im Glauben stärken. Wir wünschen dir, dass du da von Gott geleitet den richtigen Eindruck hast und dass du dich mit guter Kost füllst. Gott hat mehr für dich. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!